Das ist ein Musikstück oder ein Konzert, sondern es ist eigentlich eine Abstimmung auf Bilder. Wer sich mit reinfühlen will, das Einladungsbild kennt jeder, das ist der Teil 1, wo er jetzt momentan vorkommt. Also das hängt da hinten links. Und dann geht es auf diese zwei Bilder rüber. Einmal da habe ich dieses Toskana-Bild nach Taiwan transportiert. Ich habe da nachher gehört, dass es in der Toskana war, nicht in Thailand sozusagen. Und das Bild mit dem Stuhl hat mich dann auch noch inspiriert für das, was ich jetzt wollte. Ich wünsche euch viel Spaß und die Spiegelung ist sozusagen in dem Klangbild da gegeben. Deswegen sind die zwei Lautsprecher so großartig. Ich wünsche euch viel Spaß und die Spiegelung ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 Was spiegelt uns? Das Wasser? Vielleicht, dass alles miteinander verbunden ist. Die Natur, das Wasser, der Mensch. Ein Kreislauf, der sich stetig wiederholt. Alles um uns ist um uns. Das Wasser wird deine Sorgen aufnehmen und sie hinab zum Meer tragen. Das Lied des Wassers wird deine Sorgen aufnehmen und sie hinab zum Meer. Das Lied des Wassers wird deine Sorgen aufnehmen und sie hinab zum Meer. Setz dich an einen Fluss und sei einfach da. Das Lied des Wassers. Die Sorgen aufnehmen und sie hier wiederholt. Name der Sorgen aufnehmen und sie schrators blueprintieren. Ich versuche ich euch mal und sie sch impaired. Ich verstehe euch! Musik 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 My ghost like to travel so far in the unknown. Musik I guarantee my ghost like to travel so far in the unknown. So deep into your space Looking for someone Looking for something And into the forest I go To lose my mind And find my soul To lose my mind And find my soul To lose my mind And find my soul Look in Look out Look out Look out Look out Das war's für heute. Oh, diese Stille, im See am Grund des Wassers, die Haufenwolken. Indem wir schauen, werden wir uns bewusst, dass wir schauen. Indem wir schauen, werden wir uns bewusst, dass wir schauen. Indem wir schauen, werden wir uns bewusst, dass wir schauen. Was spiegelt uns? Das Wasser. Vielleicht, dass alles miteinander verbunden ist. Die Natur weicht, dass alles, was es ist, in denen wir schauen. Ein Kreislauf, der sich stetig wiederholt. Ich gar nicht voo, dass dieses Wort, alles gut geht. Alles gut ist, bist du raus. Alles gut ist, bist du raus. Alles gut ist, bist du raus. Das Wasser, schönes Licht, mein das Kind, was sull簡zt ist, eben alles Kind. Alles Kind alles, was wir so einigen, was so jut, was ist das. Hey! Vielen Dank. Vielen Dank.